hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zur zweiten folge der neuen tutorial serie auf meinem kanal wie geht eigentlich esp home im ersten teil haben wir doch recht trocken die ersten grundlagen uns einmal zusammen angesehen im heutigen teil werden wir schon mal ein bisschen praktischer heute möchte ich mir mit euch gemeinsam ansehen welche möglichkeit man hat so ein esp home programm letzten endes auf unsere esp chips zu bekommen dazu betrachten wir in diesem video vier verschiedene varianten wie wir unsere software auf den esp flashen können schauen wir uns also jetzt diese vier varianten einmal etwas näher an brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcbway bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb bietet pcbway auch flexible oder aluminium pcb wenn ich selber löten möchte kann pcbway auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcbway bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laserzuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcbway.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video als erste variante haben wir im installationsdialog die option wireless wireless heißt over the air updates also unsere firmware wird über wlan auf den esp geflasht das hat eine bedingung und zwar funktioniert das nur wenn dieses esp programm bereits einmalig auf den esp per kabel übertragen wurde oder alternativ über die tas motor variante da kommen wir aber nachher noch mal zu auf jeden fall muss die software schon einmalig auf unserem esp geflasht worden sein und weitere aktualisierungen an unserem programm die können wir dann wireless also per over the air über unser wlan auf den esp chip flashen das ist ganz praktisch weil die meisten esps werden ja in der regel irgendwo fest verbaut und dann muss man sie eben nicht noch mal aus dem gerät entfernen sondern kann das ganze einfach schnurlos machen die zweite variante die software auf den esp zu installieren ist plug into this computer wenn der esp an den usb anschluss unseres lokalen pcs vor dem wir gerade sitzen angeschlossen ist dann wählen wir die zweite variante und können darüber direkt die software auf unseren esp flashen das funktioniert nur wenn ihr den https zugriff für euer home assistant aktiviert habt da gehe ich jetzt im video nicht weiter darauf ein wie das funktioniert ich verlinke euch aber gerne unten in der video beschreibung mal eine anleitung dazu die dritte variante bezieht sich auf das alte vorgehen was ich eben schon angesprochen habe dass der esp mit dem usb anschluss des home assistant servers verbunden ist damit haben wir dann die möglichkeit unseren esp auf diese weise zu flashen die vierte variante ist der manuelle download unserer firmenwehr das heißt unser programm wird komplett kompiliert wird komplett zusammengebaut und uns als binär datei zum download zur verfügung gestellt heißt wenn wir diesen punkt auswählen dann bekommen wir von unserem browser eine punkt bin datei heruntergeladen und diese bin datei die können wir dann manuell auf unseren esp flashen da haben wir dann verschiedene möglichkeiten wir können dazu programme wie tasmotizer oder esp home flasher benutzen oder wenn eventuell sogar schon tasmota auf dem gerät installiert ist haben wir dann wieder die möglichkeit durch die tasmota oberfläche diese binär datei direkt über wlan auf unseren esp zu flashen das erstmal so vorab als grundriss was euch in diesem video erwartet und ich würde sagen diese einzelnen schritte spielen wir jetzt alle einmal durch dazu wechseln wir mal runter ins büro und sehen uns gleich wieder beginnen wir direkt im esp home da wo wir in folge 1 aufgehört haben hier haben wir unser projekt was wir im ersten teil erstellt haben wenn wir hier zur erinnerung noch einmal kurz rein gucken haben wir hier einmal unsere standard definition so wie sie beim erstellen eines neuen esp home projekts angelegt wird und dieses programm möchten wir jetzt auf unseren esp flashen im ersten teil schon gesagt natürlich hat das jetzt erstmal noch keine funktion aber alles schritt für schritt damit die kommunikation funktioniert müssen jetzt hier noch gültige wlan zugangsdaten eingetragen werden ich ersetze jetzt hier also diese beiden einträge einfach mal durch meine secret einträge um secrets soll es jetzt hier aber gar nicht gehen da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein noch einmal kurz zusammengefasst die kommunikation zwischen unserem esp home gerät und home assistant erfolgt über die home assistant api diese haben wir hier mit dem schlüsselwort api aktiviert und wir haben den zugriff über ein passwort top secret gesichert verbunden sind die beiden geräte über unser wlan die zugangsdaten haben wir hier und das soll für dieses video jetzt erst einmal reichen wenn ich jetzt hier auf install klicke dann sehen wir wie eben schon erwähnt wir haben hier vier möglichkeiten unsere software auf den esp zu flashen einmal wirelessly also over the air über wlan dann plug into this computer also verbunden mit dem usb anschluss des pcs an dem wir sitzen vorausgesetzt https ist konfiguriert für variante drei wird der esp mit dem usb anschluss unseres home assistant servers verbunden und variante vier ist der manuelle download bei dem wir unser programm als fertig kompilierte bin datei erhalten in diesem fall können wir nicht von oben nach unten die vier punkte durchgehen denn over the air also wirelessly setzt wie eben schon gesagt voraus dass die software bereits einmal installiert wurde heißt unser gerät muss hier als online angezeigt werden damit wir die wireless methode nutzen können also flashen wir das ganze programm jetzt einmal über die kabelgebundene variante und zwar hängt mein esp wie im ersten video immer noch am home assistant server also fangen wir mal mit der variante 3 an plug into the computer running esp home dashboard das wählen wir aus jetzt zeigt er uns hier welche angeschlossenen geräte er am usb erkennt in meinem fall hat er jetzt hier nur ein usb device gefunden das ist auch korrekt das ist mein esp also der d1 mini den wähle ich aus und jetzt seht ihr wie das programm zusammengebaut wird und anschließend übertragen wird so und hier seht ihr jetzt der upload war erfolgreich hier seht ihr auch dass die verbindung über die home assistant ap erfolgreich war setup wurde ausgeführt und unsere wlan verbindung ist aufgebaut hier oben sehen wir jetzt auch noch mal die ip adresse angezeigt die unser gerät erhalten hat und diese ist relevant dafür dass wir unser gerät als integration in home assistant einbinden können sofern hier keine benachrichtigung auftaucht dass ein neues gerät gefunden wurde in diesem fall hat er uns auch nicht benachrichtigt also gehen wir einmal auf einstellungen integrationen in den integrationen sagen wir jetzt integration hinzufügen suchen hier oben nach esp home wählen das aus und bei host tragen wir jetzt die ip adresse ein die uns eben in der log ausgabe angezeigt wurde wir sagen absenden hier müssen wir jetzt unser passwort eintragen das war in dem fall jetzt das top secret wir sagen absenden und jetzt können wir noch angeben in welchem bereich unseres hauses sich das gerät befindet die auswahl hiervon ist optional ich sag jetzt einfach mal büro und sage fertig und schon haben wir unser gerät in home assistant eingebunden wir sehen jetzt hier wir haben ein gerät da wir aber ja weder sensoren noch schalter oder sonst was in diesem programm definiert haben besitzt dieses gerät noch keine entitäten dazu kommen wir aber in späteren videos schauen wir uns jetzt einmal die weiteren flash vorgänge an wir gehen also wieder nach esp home und hier sehen wir jetzt unser gerät wird jetzt auch als online angezeigt das heißt die verbindung zwischen home assistant und unserem esp home gerät funktioniert gehen wir also noch einmal auf install und da unser projekt ja jetzt als online angezeigt wird haben wir nun auch die möglichkeit die funktion wirelessly zu verwenden wenn wir diese also einfach mal aus dann müssen wir auch nichts weiter angeben er weiß sofort über den namen nach welcher ip ersuchen muss baut jetzt also wieder das projekt zusammen und überträgt es über die wlan verbindung auf das gerät ihr seht ihr schon over the air update war erfolgreich der esp startet neu die verbindung wird erneut aufgebaut und wir sind wieder verbunden die dritte variante unsere software zu flashen also im dialog hier die zweite variante wäre plug into this computer ich habe jetzt einen d1 mini bei mir an den pc angeschlossen wähle jetzt hier plug into this computer und dann geht ein dialog auf der eben nicht die usb anschlüsse von unserem server auflistet sondern die usb anschlüsse von meinem computer an dem ich gerade sitze hier hat mein esp den com 11 den wähle ich also aus klicke auf verbinden und jetzt dauert das ganze ein bisschen wir sehen jetzt hier nicht die log ausgabe sondern hier wird nur der aktuelle status mit dieser grafik angezeigt das dauert jetzt eine ganze weile aber im prinzip macht er nichts anderes er baut das programm zusammen lädt es auf den computer herunter und installiert es dann über usb auf unseren esp auch hier wird bestätigt die konfiguration wurde installiert mit close können wir das ganze schließen und haben auch so unsere software auf den esp installiert kommen wir jetzt noch zu der letzten variante und zwar dem manuellen download auch den wähle ich einmal aus hier wird genauso wie in allen drei anderen varianten unser programm zuerst einmal zusammengebaut im unterschied zu den anderen drei varianten wird nun aber nicht das programm übertragen sondern uns wird die firmware in form einer bin datei heruntergeladen das seht ihr jetzt auch hier unten hier haben wir unsere test 1.bin datei im download bereich und diese müssen wir jetzt von hand auf unseren esp flashen dafür haben wir wieder verschiedene möglichkeiten als erstes schauen wir uns mal die variante mit dem esp home flasher an den link zu dem projekt findet ihr unten in der video beschreibung hier auf der rechten seite gibt es auf jeden fall die releases wenn wir hier einmal ein bisschen runter scrollen dann sehen wir hier die unterschiedlichen varianten vom esp home flasher also einmal für windows einmal für mac und einmal für ubuntu ich wähle jetzt hier einmal die windows variante aus klicke ich einfach mal an er lädt mir die exe datei herunter und diese starten wir jetzt einfach mal dann seht ihr jetzt hier einen kleinen dialog hier oben können wir unseren com port auswählen an dem der d1 mini angeschlossen ist es handelt sich also hierbei wieder um die usb anschlüsse von dem pc an dem wir gerade sitzen und jetzt müssen wir nur noch unsere firmware auswählen dafür klicke ich hier auf browse und hier sehen wir die bin datei test 1.bin die wir gerade eben heruntergeladen haben diese wähle ich aus und jetzt sage ich hier einfach nur noch flash esp das programm macht jetzt letzten endes nichts anderes als home assistant selber es überträgt einfach unser programm auf den esp das flashen ist fertig und hier sehen wir jetzt auch schon die log ausgabe von unserem esp gerät solltet ihr vielleicht ein esp bereits im einsatz haben und diesen mit tas motor geflasht haben dann könnte der manuelle download für euch besonders interessant sein wenn ihr diesen esp in ein esp home gerät umwandeln möchtet denn tas motor bietet uns die möglichkeit für ein firmware upgrade bei dem wir eben einfach eine bin datei über dem browser hochladen können und sich das gerät anschließend selbstständig aktualisiert auch das habe ich einmal vorbereitet und zwar seht ihr jetzt hier ein d1 mini auf dem tas motor geflasht ist ihr seht das gerät ist konfiguriert als sonoff basic und hier haben wir direkt auf der startseite einen button firmware upgrade diesen klicken wir einfach mal an und jetzt können wir hier sagen upgrade bei file upload wählen hier also jetzt unsere test 1.bin aus die wir eben über esp home heruntergeladen haben und sagen einfach start upgrade daraufhin lädt er die bin datei auf den d1 mini hoch und aktualisiert danach die software ihr seht der upload war erfolgreich das gerät startet neu und wenn wir jetzt versuchen auf diese ip zuzugreifen seht ihr die webseite ist nicht erreichbar denn unser esp home stellt keine webseite zur verfügung heißt auf dem gerät ist jetzt kein tas motor mehr sondern unser esp home hier sehen wir unser gerät ist immer noch online und wenn wir jetzt noch mal in die log ausgabe schauen dann sehen wir jetzt hier ist unsere ip adresse am ende auch nicht mehr die 132 sondern hier sehen wir jetzt die ip adresse von dem d1 mini der eben noch tas motor hatte und damit ist bestätigt jetzt läuft auf diesem gerät unser esp home projekt so viel erstmal zu den verschiedenen varianten esp home programme auf euren esp chip zu flashen ich hoffe ihr konntet mir bis hierhin folgen ich habe nichts vergessen wenn ihr aber doch noch irgendwelche fragen habt schreibt sie mir natürlich immer gerne unten in die kommentare oder schaut gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox auf unserem discord werden täglich viele interessante themen rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck und 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 diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt direkt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wieder sehen das erscheint nämlich direkt morgen und da schauen wir uns an was man alles für möglichkeiten hat das wlan in esp home zu konfigurieren bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten video ciao